Im Gegensatz zu Fussball- oder Basketballplätzen, die einfache Rechtecke mit ganz bestimmten Maßen und einer rein abstrakten Geometrie sind, haben Skateparks etwas Gegenständliches. Sie bilden ganz alltägliche Formen nach und arrangieren sie neu. Dabei sind die sogenannten Street-Parks oft Nachbildungen öffentlicher Plätze. Dieser Bowl ähnelt einem chinesischen Bowl und müsste normalerweise drei Wellen haben. Weil dies jedoch das Budget überstieg und auch zu viel Platz gebraucht hätte, wurde nur eine Welle gebaut. Dieses Carp wurde aus einer Schule in Los Angeles übernommen. Das hier ist der klassische Teil, mit einem kurzen Geländer für die Anfänger und einem abschüssigen Gehsteig. Diesen Spot gab es früher in Lyon, aber inzwischen wurde er von der Stadtverwaltung beseitigt. Das ist eine niedrige Mauer mit schrägen Seiten, die die Skater hinauf- und wieder herunterfahren können. Das beherrschen hier selbst die Kleineren. Beim Skaten kommt es nur darauf an, sich auf dem Brett zu halten. Die Position der Füße, Bremsen, Schwung nehmen, das ist alles nicht schwer. Man muss nur wissen, wie man die Füße setzt. Stellst du den Fuß zu weit nach vorn, fällst du vorn über. Ist der Fuß zu weit hinten, fällst du nach hinten. Dann kannst du dich nur wieder fangen, indem du dich mit der Hand abstützt. Und das führt nicht selten zu Brüchen. Ich habe viele Fehler gemacht, weil ich keine Lehre hatte. Und das möchte ich den Kindern ersparen. Weit nach vorn. Sehr gut. Es ist wichtig, dass sie sich nicht für Stars halten. Ich mache ihnen klar, dass es beim Skaten nicht in erster Linie um Sponsoren und Wettbewerbe geht. Beim Skaten lernt man, die eigenen Grenzen zu überwinden. Aber das eigentlich Wichtige ist der Spaß. Es ist toll, eine leere Straße entlang zu sausen. Das ist es, was Skaten für mich ausmacht. Und das ist es, was ich da losgett. Um gute Möglichkeiten zum Skaten zu haben, kann man sich eigentlich mit ganz einfachen Mitteln behelfen. Selbst hab da bei mir in der Nähe Holzbänke gehabt, die natürlich zum Skaten nicht lange gehalten hätten, weil sie eben nur aus Holz waren. Hab die mit ein paar Freunden zusammen mit Metallkanten besetzt und hab jetzt seit, weiß nicht, fünf Jahren oder so meinen Spaß damit. Das sind einfach, das sind die einfachen Sachen, mit denen man sich dann häufig weiterhelfen kann. Und man muss halt, glaube ich, häufig gar nicht mal so in die Ferne streben. Hier. Na ja, er hat's erzählt. Komm, probieren wir doch ein bisschen drüber, aber naja. Die Situation in Berlin hat sich definitiv verändert und war vor zehn Jahren ganz ruhig. Und mittlerweile zieht's immer mehr Leute nach Berlin, woran das jetzt genau liegt. Also ich glaube, das liegt nicht wirklich an den Bedingungen, die Berlin zum Skateboardfahren bereitstellt. Ich glaube, das liegt eigentlich viel daran, dass Berlin einfach so ein interessanter Ort ist für junge Menschen und Skater sind junge Menschen. Na ja, das ist noch so ein bisschen wie Wilder Westen. Also da gibt's nicht so viele Regeln. Und das ist für Skateboardfahren genau das Gleiche. Also in Hamburg oder München oder Stuttgart hast du auch mehr Ärger mit Security als in Berlin. Und ich glaube, das liegt eben daran, dass die Stadt noch so ein bisschen dabei ist, sich zu finden. Und eben sowas wie die Polizei dabei ist, sich noch zu organisieren. Hallo, willkommen bei Radio Skateboards in Berlin-Kreuzberg. Wir sind hier im Büro und im Lager und allem gleichzeitig. Wir können direkt mal gucken. Hier geht's gleich los mit den ersten Boards. Heute frische T-Shirt-Lieferung gekommen. Die muss zum Drucken. Noch mehr Boards. Und noch mehr Boards, weil wir sind eine Skateboardfirma. Deswegen haben wir viele Bretter am Start natürlich. Radio Skateboards, Anna, noch? Gut, bitte schönen Tag noch. Tschüss. Auch sehr beliebte Kartoffeln, Scheinung-Teppich-Designs. Und ab jetzt was Neues. Nanny, Klassiker, unser Pro. Hier geteilt das Ganze. Hier wird Radio Skateboards gemacht. T-Shirt-Designs entwickelt, Boardsigns entwickelt. Die Webseite gefüttert, alles Mögliche. Was man halt so macht, wenn man ein Skateboardformat hat. Wir haben viele Pro-Skater, die extra nach Berlin gezogen sind. Und hier wohnen, skaten und auch filmen, Material sammeln und alles. Und Kreuzberg ist für mich oder für uns bei Radio einfach das, was es ist. Ein Schmelztiegel aller Nationen, Leute aller Herkunft leben hier friedlich miteinander, ohne dass es groß Stress gibt. Wir bleiben direkt hier in Berlin, weil Kreuzberg ist hier drin. Und Herz schlägt für Berlin, da kommen wir her, da wollen wir bleiben und sterben. Du bist mit mir? Du kannst du mit mir? Du kannst du mit dem Kass? Nein. Komm, 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 komm. Berlin hat eine ganz andere Architektur als Barcelona. In Barcelona gibt es eine Fülle von großen Plätzen voller schiefer Ebenen in unterschiedlichen Farben, die sofort ins Auge stechen. In Berlin dagegen muss man sich seine Spots suchen. Sie liegen nicht auf großen Plätzen, sondern eher hinter einem Gebäude oder in einem Park. Da die Stadt riesig ist, braucht das Zeit. Aber es gibt auch sehr viele bekannte Spots. Mit Ausnahme des Winters ist das Skaten in Berlin wirklich cool. Das ist nicht mein erster Skatepark. Ich habe schon viel aus Holz gebaut. Wir haben schon Betonhausen neben der Skatehalle Berlin gebaut. Das war ein Heidenspaß, aber dort sind die Rappen halt relativ klein und alles war sehr experimentell. Wir haben sehr viele Fehler gemacht und haben es einfach erst gelernt. In meinem Kopf bin ich das Ganze schon wochenlang geskaledet. Aber manchmal ist es auch schwer und nichts klappt. Und dann sitzt man hier stundenlang und kommt nicht voran. Aber so ist es halt. Musik 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 Heute ist es schwierig geworden, weil es hier viele Touristen und Tauben gibt. Das hängt von vielen Faktoren ab. Von der Polizei, vom Wetter. An manchen Tagen machen wir jede Menge Aufnahmen und an anderen gar keine. Es ist nicht leicht, Fotos zu machen, wenn die Leute nicht aufpassen. Denn das kann unter Umständen gefährlich werden. Aber das gehört eben dazu. Wenn es immer nur einfach wäre, würde es ja langweilig. Und wenn es immer nur einfach wäre, würde es ja langweilig. Musik Man braucht einfach Geduld. Schau mal, Mann. Was? Wauw! Yes! Das war's. 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 Verrücktes ausgelöst. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum ich Videos drehen wollte. Ich war wie verzaubert oder... ich weiß nicht. Früher entdeckte man das Skaten über Fotos, heute vor allem über Videos, also ebenfalls über Bilder. Anfangs filmten wir in Schwimmbädern oder in riesigen Rohrleitungen in der Wüste. Das sah oft sehr gut aus. Inzwischen ist daraus eine ganze Bilderindustrie entstanden. Es gibt jede Menge Fotografen und Videofilmer, die sich mit Skatern beschäftigen und alle diese Bilder wollen auffallen. Die guten Fotografen haben natürlich ihre speziellen Blickwinkel oder ihre ganz eigene Ästhetik, aber auch die Auswahl der Spots wird heute nicht mehr allein vom Skater, sondern auch vom Fotografen getroffen.